Na dann, jetzt geht's diesen miesen Umweltsündern an den Kragen. Wir holen diese Aerys da raus. Und dann nichts wie weg. Los. Hier kann jeden Moment alles einstürzen, Leute. Wo ist mein Papa? Ich hab Angst. Brauchst du nichts zu haben. Er ist sicher bald zurück. Bist du verletzt? Oh. Kannst du aufstehen? Hab ich's nicht gesagt. Seid ihr mal meine Mutter gesehen? Verdammt, nicht schon wieder. Womit haben wir das verdient? Der Bereich hinter mir ist lebensgefährlich. Wir müssen da aber rein. Ihr werdet das bereuen. Wir können auf uns aufpassen. Seid auf der Hut. Das war's für heute. Jetzt seid ihr zu meiner besten Seite. Los geht's. Verschwindet. Genug. Komm ich auf. Verholen sie bleiben. So ist das nicht. Alles im Glück. Ist das für Entfüllung? Schlecht! Schön gewonnen! Ich habe keine Chance. Ich habe keine Chance. Hier kommt Barrett! Bin richtig ins Schwitzen gekommen. Wir müssen uns besser abstimmen. Ich habe keine Chance. 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 Ausflug wird das mit Sicherheit nicht. Ende Gelände. Ob das Seil von einem Rettungstrupp ist? Vielleicht kommt man hier irgendwo hoch. Zeit für unsere Seilpistolen. Zielt auf die Stelle, wo das Seil runterhängt. Fallt bloß nicht runter, hört ihr? Ich habe nicht mehr? Ich verrate euch mal was. Für die Seile braucht man Fingerspitzengefühl. Okay? Sobald wir aufgebrochen sind, gibt's kein Zurück mehr. seid ihr bereit? Ja, seid ihr bereit? Hängt hier vielleicht irgendwo ein Seil rum? Wunderbar. Das läuft ja wie am Schnürchen. ein Suchtrupp. Ein Suchtrupp. Ich weiß nicht. 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 Vielleicht ist sie licensed. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.